Tor zum Rebellenlager. Wir müssen gleich mal hier den Baby-Boso befreien. Am ersten Mal. Huhu, aufmachen! Ja? Liebold, so ein Glück! Ja, nun lass mich rein! Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus! Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus, aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier! Das ist deine Meinung. Ich hab jetzt keine Zeit für diese Spitzkirche-Teiler. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe! Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Echt jetzt. Echt jetzt, echt jetzt, echt jetzt. Das ist doch hier nicht, wie benimmt er sich gegenüber seinem vorgegebenen Vorgesetzten. Also wir müssen hier mal ihm Bescheid sagen. Ja. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist das? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je. Das ist aber hoch. Heul nicht drum und halt den Fotoapparat bereit. Weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Das kann ja nur in die Hose gehen. Haken. Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Ja, da ist der Haken in der Sache. Da ist er. Ja. Äh. Geier. Baby Bozo. Auf die Träger glittern. Äh, nein. Das wird einfach. Kinder lieben mich. Natürlich rennt er jetzt da rüber. Das kann ja nur schiefen Aufschmühen. Hey. Wie ist der überhaupt hier hingekommen? Barry. Pass ja gut auf. Ich geb mir Mühe. Wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh Mann, Barry. Du bist echt so eine Nulpe. Ich habe nur diese eine Chance, Baby Bozo zu retten. Ich hoffe, er vermasselt es nicht. Na dann. Ich trau mich eigentlich kaum, aber... ...auf die Träger glättern. Ach, du Schreck. Das kann ja nichts werden. Stopp. Hier ist noch ein Ei. Flugschnappet ihr Ei. Können wir vielleicht irgendwie irgendwas Antenne mitzuhaken? Die Idee kann ich getrost. Abhaken. Oh Gott. Bei den Bozos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Irk, wie ihr... Würde ich so... Nicht ganz den Irk. Irk, ich bin zweiflich, dass er sich damit kühlen lässt. Ein Brief. Irgendwie bezweiflich. Vielleicht können wir das Papier hier auflegen. Die Idee kann ich getrost. Bei den Bozos... Das Irk. Die Idee kann ich getrost. Bei den Bozos... Tja, ähm... Vielleicht das Irk hier drauflegen. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Hm, mit der Antenne. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Bei hiermit... Hm. Wie 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 kann... Bei den... Papier... Wer braucht schon... Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige flöten gehen können. Wer braucht schon eine billige Kopie, wenn er das Original haben kann. Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige flöten gehen können. Was haben wir hier noch für Optionen? Und Barry... Haken... Das bringt doch alles nichts. Na warte, wenn ich den erstmal gerettet habe, wird er sich wünschen, er wäre lieber vom Gerüst gesprungen. Jetzt geht er noch mal rundum rum. Hm. Hey, 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 hey! Tja, ähm... Super, cool, nix. Ähm... Na dann... Gehen wir mal wieder runter. Ich glaube, hier komme ich erstmal nicht weiter. Hm. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. WhatsApp. Ich wollte erstmal die Lage checken. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Hm. Hier noch irgendwas, irgendwas wirklich hilfreiches. Druckersch... Druckerschwärze. Ich habe ja keine Druckerschwärze. Ja. Natürlich. Ähm, und jetzt... Würde ich Irko heißen? So... Das geht jetzt natürlich. Und jetzt Irk. Würde ich Irko so... Oder auch nicht. Aha. Ähm... Ja, vielleicht hilft uns das jetzt weiter. Gute Neuigkeit. Echt jetzt? Komm mit dir. Ich kann mir jetzt hier... Schatz das Papier. Einen Haken hängen. Die Idee kann ich getrost. Abhaken. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Hm. Ähm. Wer braucht schon eine billige Kug... Jeder war... Da war er doch. Der war doch Tricks. Verdammt. Wir hätten nur noch einen fangen müssen. Sein Mist aber auch. Das müssen wir nur noch einen Fehler stellen. Hm. Na warte. Ich gehe erst. Ach Mist. Uff. Wir brauchen einen Strick. Irgendwie war das noch. Das zeigt man wohl. Sonst wirkt es. Können wir vielleicht. Wir brauchen ein Probeexemplar mitzunehmen. Haben Sie schon etwas gefunden? Ich gucke noch rum. Mhm. Ähm. Ich habe hier... Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Ich hätte gerne die Ausliegeware. Ach verdammt. Ich habe keinen Plan mehr. Was soll ich denn hier machen? Flyer. Das glaube ich. Was tun Sie denn da? Ich brauche mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Mhm. Vielleicht können wir jetzt... Ja. Das wäre die perfekte Distanz für einen Junkernflug. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Und ich bezweifle, dass ausgerechnet er bereit ist, sich helfen zu lassen. Es stimmt wohl, was man sagt. Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Ich behalte die Idee auf jeden Fall im Hinterkopf. Ach, schade. Ach, schade. Ja, gut. Dann... Ja, dann... habe ich tatsächlich keine Idee mehr, wie wir hier noch weiterkommen. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich gucke noch rum. Ja, okay. Gut. Ähm... Dann versuchen wir mal mit... ihm hier. Warte, jetzt kommt... Nee, mit ihm hier. Bei ihm haben wir absolut keine Chance. Aber hier haben wir vielleicht jetzt die Möglichkeit irgendwo... Spalte. Hier muss doch ein Nuckel runtergefallen sein, Schnulli. Cool. Spalte. 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 Nicht so, du wächst noch die... Ist doch irgendwie... Oder nicht. Du musst doch irgendwo... Hier. Das ist... Bitte was? Ein Schnuller? Hm. Fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So... Glitschig. Und... Schnulleresk. Na dann. Den haben wir natürlich nicht im Inventar. Bitte. Verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Das ist nicht doch. Wer hat doch hier einen Schnuller? Na dann. Jetzt haben wir hier einen Schnuller. Inventar. Goal. So, das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. So, jetzt kommen wir hier mal... Spalte. Fühlt sich so an, als ging es dahinter noch weiter. Ich spüre einen Luftzug. Und die Luft ist warm und feucht. Oh, wei. Na dann. Jetzt schreit sie nicht mehr. Hab ich dich. Und jetzt hast du. Na dann. So. Na, ha. Hab ihn. Okay. Wir haben einen Ast. Und Gestrüpp. Äh. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Das sieht nicht nach Moos oder Gestrüpp aus. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Oh, schreck. Ist das der Plot von Geheim oder ein... Ich hab's nur schon so ne Befürchtung. Das hier ist keine... Was ist der... Oder ein... Ich hab eine Befürchtung. Vielleicht können wir mit dem Ast. Was hältst du hier von Goal? Bist du sprachlos, hä? Hm. Spalte. Vielleicht können wir den Ast in die Spalte stecken. Wenn ich den Stock dieser Spalte reibe, könnte sich vielleicht ein Feuer entzünden. Und alles, was man dafür braucht, ist ein wenig Zunder. Ich bin mir nicht sicher, ob du das willst. Oh, Wurst. Aber okay. So. Das Gestrüpp steckt in der Spalte. Nun? Mach mal ein bisschen Feuer. Hey, na klar. So kann ich Feuer machen. Oh, schreck. Ah, Nubilate. Hier ist überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme. Sag doch mal selbst, Goal. Äh, Goal? Oh, oh, oh. Und das Goal. Ach, du Schreck. Was war hier die ganze Zeit gemacht? Warum und so? Ach, du Schreck. Zum Tod lachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt nicht. Natürlich. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingenssäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Das könnte sich schwieriger gestalten, als man denken könnte. Aber okay, wir sind hier. Dann geht es weiter in die Dunkelheit. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ach, Goal. Du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Sie lebt. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Bist du da sicher? Okay, dann weiter in die Dunkelheit. Irgendwas bewegt sich da hinten. Wie bitte? Nennst du nicht etwa einen Angsthasen? Du kannst ja gerne selber nachgucken, Fräulein Großmaul. Das tut's. Siehst du? Das tut's nicht. Aber wir tun's. Oder nicht? Wir tun's nicht. Ähm, okay. Können wir hier hinein? Können wir hier irgendwas machen? Fenster. Draußen ist so ein schöner Tag. Ich häng hier in der Gosse rum. Aha. Tja. Häng ich jetzt auch offiziell hier fest. Ach ja. Eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monstern. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Oder so. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Was? Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen? Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um! Oh Gott. Jetzt auch noch die B-Seite. Boah ey, du kürzt ja immer noch, schlimmer noch, du kommst ja nicht mal runter, du nutzt halt immer aus'm Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgeht, wird nicht klüger. Warte, guck mal drauf, reicht schon, das ist hier ne Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin jeder Maestro, hab mich los, so an der Fratze, krieg mich da ne Glatze. Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als wär's grad nix anderes in der Plotze. Ich kann sich einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tu ich, denn wir wohnen ja auf die Tonja, da ist das nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium, da stehst du fatsch herum, dumm, schau dich um. Was ist dein Problem? Nein. Hör auf Cowboy, Dodo, Cowboy, Dodo, Cowboy, Dodo, schau dich um, ey Cowboy, Dodo, schau dich um. Tja, da hat er gar nicht so unrecht, man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben, sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge-Alarm! Und hier ist Licht geworden. Das ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Grittchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben sie die Verantwortung, Armkinder in Not zu helfen. Kann sein, aber ich habe ja schon einen Rotzbalk an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Ah, okay. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Wir sind doch keine Hunde. Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Wir sind doch keine Hunde. Das kann man wohl sagen. Hunde sind in... Gut, ähm, jetzt können wir weiter. Das Fazit, Fazit, Fazit. Und sie folgen. Ach du Schick. Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch Ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasma-Gefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Ach nicht? Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Soas in. Hier unten gibt es einen Pub. Na wunderbar. Ja. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit unterbekommen? Doch. Und ich habe die fünf Slotty dafür bekommen. Großartig. Siehst du, Gold? Ich habe doch gesagt, ich rette dich. Äh, ja. Pilz. Was dachst du so? Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. Aha. Und dieser hier? Man braucht keine mykologische Ausbildung. Ohi. Lach nicht so. Pilz. Ah, au. Da musste ich jetzt mal lachen. Lach nicht so. Okay, das ist genau mein Verrückter um. kann ich das noch mal sehen dort drüben kann ich das noch mal sehen das cool angst freigeschaltet zauberpilz sagen da den wir noch mal sehen da ist ja der junge vater wieder das sind nicht meine sie scheinen das anders zu sehen ja aber ich hab's mir nicht ausgesucht glaub ich dir gerne falls du einen tipp willst mama cosimas selbst gehäkelte schlupftüten sind extrem reißfest was wo ist hier eigentlich der ausgang aus der kanalisation es gibt keinen wer einmal hier unten gelandet ist ist dazu verdammt auf ewig hier zu bleiben auf ewig auf ewig dafür dass sie keine hexie sind schlagen sie aber ganz schön auf die kacke entschuldigung seit ich die pille abgesetzt habe leide ich permanent unter diesen seltsamen stimmungsschwankungen wo haben sie die nukleinsäure noch gleich hingebracht ich habe sie für die fünf slotty anders zuerst in verkauft sagt es sei eine art super dünner aber es war mein super dünner das konnte ich nicht wissen immerhin werden ständig passable düngemittel in die kanalisation gespült und es passiert eher selten dass leute hinterher kommen um besitzansprüche anzumelden das zu was in das sieht nach einem ei aus sie haben also fünf slot hier in der kanalisation gibt es nicht viel geld genauer gesagt es gibt exakt fünf slotty und im augenblick gehören sie mir nach einem sehr überschaubaren stabilen währungssystem das war es bis hättest uns und spekulationen am finanzmarkt zu massiven leistungsbilanz defiziten führt ja ja verstehe es macht sie zu nah ziemlich reichen hexern und sie haben nicht zufällig interesse an ein paar leckeren kinder sein zufall die kosten genau fünf slotty aber herrufe sie können uns doch nicht einfach so an fremde leute verkaufen jetzt das ist eine erwachsene unterhaltung ich bin nicht interessiert daran mir von irgendeinem dahergelaufenen dummkopf kinder andrehen zu lassen ich will ja nicht so enden wie meine mutter ich habe mich nun einmal für die karriere entschieden ich muss gehen aber warum denn es war doch gerade so nett und moment mal ist das wasser hier gerade wärmer geworden wie gesagt ich muss los und zum grüße ja gut na dann dorthin können wir dorthin können wir dorthin sollte man nicht noch mal zurück na dann sehen wir wohl im nächsten part wie es weiter geht dort oder dort zum abschied noch mal sehr schön oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020